Mein Name ist Heike Strombach. Ich möchte jetzt über das bewusste Energieatmen sprechen, was auch Rebursing genannt wird, was ich nun seit 21 Jahren täglich für mich selber auch ausführe. Das bewusste Energieatmen ist verbundenes Atmen. Ich habe es damals, vor 21 Jahren, im Trainingszentrum von Leonard Orr in Kalifornien kennengelernt und es hat mein Leben völlig verändert. Ich war Altenpflegerin. Ich habe als Altenpflegerin, als Stationsleiterin mehrere Jahre in der Psychiatrie und der Geriatrie gearbeitet, habe eine Weiterbildung gemacht als Unterrichtskraft und habe auch in der Ausbildung von Altenpflegern viele Jahre gearbeitet und bin dann nach einem Jahr in Australien zufällig in die USA gekommen. In den USA habe ich dort dann das Trainingszentrum von Leonard Orr besucht und habe dort meine erste Atemsitzung gemacht. Das bewusste Atmen hat mir in dieser ersten Atemsitzung gezeigt, dass das Leben mich liebt, dass das Leben liebenswert ist, dass ich glücklich bin, dass ich hier bin und lebe. Diese erste Atemsitzung hat mich so erfüllt von diesem großen Gefühl, was das Leben alles zu bieten hat, dass es auch meinen Wunsch gefördert hat und meinen Wunsch hervorgebracht hat, dies auch anderen Menschen in der ganzen Welt zeigen zu können. Ich habe dort in diesem Trainingszentrum dann erst mal ein Jahr gelebt und habe dort mein eigenes Wissen, mein geistiges Wachstum gefestigt und bin dann seitdem auch häufig mit Leonard Orr in der ganzen Welt gereist. Ich bin mehrere Male in Australien gewesen, Südamerika, in ganz vielen Ländern in Europa und habe zusammen auch mit Leonard Orr das bewusste Energieatmen den Menschen gegeben oder weitergeben können. Ich habe mein Atem- und Lebenszentrum auch hier in Klazzypper und hier kommen auch regelmäßig Menschen aus der ganzen Welt zu Besuch, um mit mir gemeinsam zu atmen. Das Atmen hilft den Menschen, sich wirklich auf tiefster Ebene zu entspannen und ich bin ganz dankbar, dass ich das für mich selber erlebt habe. Was sich für mich persönlich verändert hat, meine Körperstruktur hat sich verändert, ich habe viel Heilung persönlich erlebt, ich brauche nun keine Brille mehr, ich fühle mich gesund. Ich fühle mich wirklich gesund, viel gesunder, als ich jemals in meinem Leben mich gefühlt habe. Das Leben wird immer schöner. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, auch Sie persönlich in meinem Atem- und Lebenszentrum begrüßen zu dürfen und Ihnen persönlich zur Seite stehen zu können, Sie zu unterstützen auf Ihrem persönlichen Lebensweg. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf Sie.